Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herdring, die Schlachter mit der 2 im Edeinbad. So, wir fangen einfach mal an und neues Gefecht, neues Glück mit auf den Südhöhen. Wir sind Gondor, der Rest ist auch leicht gestellt, zufällig und ja, wir haben direkt neben uns einen Gegner. Und ja, schauen wir mal, wir haben ja sowieso eine Festung, das heißt wir haben ja nicht mal sogar eine richtige Festung. Und Gondor liegt mir ja sowieso am besten eigentlich im Grunde genommen. Ähm, ja, Hildeinheiten, das ist doch immer das Beste. So, schauen wir mal, wie wir uns mit Gondor schlagen. Ähm, es senkt Kosten für Gebäude, das brauchen wir denke ich nicht. Ähm, so, es senkt die Kosten für das und das, das ist alles okay erstmal. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bauen wir hier mal noch irgendwie sowas in die Richtung. Wobei, die haben ja keine richtige Festung hier, so eine halbe Festung haben die irgendwie. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Dann, was kann man denn noch bauen? Stallungen könnten wir bauen, ich denke die werden am Anfang sogar relativ effizient. Aber kosten dann halt auch relativ viel, ne. Machen wir erstmal einen Schießstand, machen wir hier eine Kaserne rein und dann machen wir hier noch irgendwas. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. So, hier gehen wir erstmal rein. Das ist scheinbar ein Vorposten oder ein Gehöft. Irgendwas kann man da errichten. Können Läden, Gondors. Aha, ja, hier, komm, das ist doch genau das Richtige für Stallungen. Da sind sie auch schon, die ersten Gegner, wunderbar. So, ah, wir stehen ja direkt an der Festung hier. Zwerge sind das, okay. Okay, so, Kaserne und Schießstand sind schon mal fertig. So, Gebäude auf Stufe 2, Rekrutierungsgeschwindigkeit und das und das, okay. So, jetzt hier, wobei wir könnten hier eigentlich uns trotzdem hinstellen. Wo ist denn hier der Eingang? Dieser Festung müsste hier sein, irgendwie so. Ich glaube, die, ja, nee, 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 die Soldaten waren stärker als die, ähm, die Dinger hier. Aber bauen wir einfach mal so einen Turm erstmal noch hin. Wobei ich hoffe nicht, ja, genau das habe ich mir gedacht, deswegen gehen wir mal hier runter. Nicht, dass das Gehöft hier angegriffen wird. Können Sie hier auch gerne mal angreifen. Oh, lol. Okay, geht schon direkt los hier. Ich denke, wir werden auf jeden Fall, ups, scheiße. Greift erst mal an, hier, kommt, greift mal an. So, Gondor, Sperrträger. Was können wir da noch? Gondor, Soldat. Oh, guck mal, die sind so relativ günstig hier, die Dinger. Was können wir noch machen? Gehöft können wir gerade noch nicht machen. Barge, ganz in der Nähe. Jo, hier unten haben wir auf jeden Fall noch so einen Vorposten. Nicht nachlassen, die Gehöfte an. Hä, wo werden, achso, hier greifen noch ein paar die Gehöfte an, okay. Von mir aus. So, wichtig wäre vielleicht sogar mal sowas hier irgendwie. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Halten Führerschaft, Brunnen werden geheilt, wenn sich keine Freunde in der Umgebung befinden, okay. Ähm, hier sind Waage. Nein, 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 zurück, zurück. Hier sind Waage, die lassen wir erst mal. Das müssen wir dann scheinbar gleich bei oben angreifen, erst mal. Komm, wir gehen erst mal hier zurück in die Base und kaufen uns, was kaufen wir uns denn? Ähm, warte mal. Das stimmt, ich wollte mir so einen Brunnen erst mal kaufen. Damit wollte ich jetzt erst mal spielen. Okay. Das Gehöft wird scheinbar nicht standhalten. Was haben wir dann noch? Wir könnten ein Wohnhaus, ähm, heroische Dinge und irgendwas. Jo, Elite, Infanterie und so weiter, das ganze Gedöns, okay. Dann haben wir hier, hier können wir noch nichts machen. Hier kommt mal eine Produktionserhöhung, komm, gönnen wir uns. Ja, komm, lassen wir, schicken wir die auch nochmal hier runter, sonst fällt das Gehöft hier gleich. Ähm, ja, mehr Leben, gucken wir mal, ob das hier noch funktioniert. Haben wir noch die Bogenschützen? Nee, die haben wir gerade noch nicht, die kosten zu viel, ne? Ähm, warum funktioniert das nicht? Weil das angegriffen wird, oder was, oder? Das könnte natürlich sein. Ja, okay. Ich hoffe, dass ich vielleicht gleich ein Nummer 1 bekomme. Oh, das sind auch Bogenschützen noch dort hinten. So, dann gehen wir mal hier direkt mal in die Offensive. Ja, da hat es uns gerade ein bisschen was gekotzt. Ja, da müssen wir hier erstmal wieder ein paar Gondor-Soldaten bauen. Oh, krass. Mein Soldatenbataillium tot. So, wir haben jetzt einen Fähigkeitspunkt, das heißt, die investieren wir gleich mal da rein. Guck mal hier, zack, ist das wieder gleich geheilt. Wunderbar. Okay, so, hier sind wir jetzt mittlerweile sogar schon Stufe 3. Das ist genau der Plan, den ich eigentlich hatte bisher. Hier kommen wir noch eine kleine Produktionserhöhung erstmal machen. Die schick mal direkt mal zu dem Gehöft erstmal. Ansonsten haben wir erstmal noch nicht viel weiteres. So, hier kommen wir noch die Produktionserhöhung. Hier, wie viel kostet das hier? 300 kostet das hier. Okay. So, kommen wir erstmal noch eine Produktionserhöhung rein. So, die sollen jetzt hier erstmal noch ein bisschen aufwarten. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier nichts. Da nichts. Können wir uns alles nicht leisten. Alles zu teuer. Können wir uns bisher nur Soldaten wirklich leisten. So, Soldaten rein. Wunderbar. So, dann haben wir hier das. Was haben wir noch? Nichts weiter erstmal aktuell. Okay. Dann haben wir hier. Ja, ja. Komm, die Türme, die machen schon ihr Ding hier. Ja, die Türme sind effizient genug. Da bin ich zufrieden damit. Hier würde ich auf jeden Fall ganz gerne vielleicht noch ein paar Stallungen gleich haben wollen würden. Das wäre natürlich ganz cool. So, die sind ja mittlerweile Stufe 3. So, jetzt haben wir bisher nur Soldaten. Okay. Dann können wir uns jetzt hier eigentlich auch gleich mal irgendwie noch was anderes gönnen. Ähm, Bogenschützen wäre natürlich ganz cool. Lassen wir erstmal das hier. Gehen auf Bogenschützen. So, die werden wahrscheinlich den Großteil der Erfahrung kassieren hier. Ja, werden wahrscheinlich auch, wird vielleicht auch gar nicht so lange dauern, weil wir hier ganz gut, ja, den Gegner so gesehen ja abformen ein Stück weit auch. Also, das würde Stufe 3 benötigen. Hier können wir das hier auch gleich mal nochmal mit erforschen. Okay, hier unten kommt das nächste Bataillon schon. Dann, ja, die sind noch recht vollzählig. Die sind auch noch recht vollzählig. Ist das soweit alles in Ordnung? Die sind mittlerweile Stufe 4. Die sind Stufe 1. Dann schicken wir die erstmal ganz kurz wieder zurück. Weil da nicht mehr viele davon, davon vorhanden sind. So, die sind auf Stufe 4 abgegradet mittlerweile. Okay. Okay, so, was hat man noch? Wir hatten hier überhaupt ein paar Bogenschützen. Also, wie sieht das hier oben aus? Die werden, die erhöhen, holen sich gerade wieder ein Stück weit. Das ist alles okay. Wie sieht das hier? Hier, Schießstand wurde erweitert. Machen wir mal noch einen Bogenschutz. Bogenschützen. Also, die sind mittlerweile Stufe 4. Die hier sind, ja, noch nicht ganz so. Wo werden die Gehäfte? Ah, Gehäfte. Gehäfte werden hier angegriffen. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Dann haben wir hier noch die Bogenschützen. Die können hier auch nochmal ein bisschen was aus der Ferne machen. Die sind noch nicht ganz aufgeheilt, aber es sollte ausreichen, denke ich. So, was haben wir noch? Was können wir noch? Ein Horn-Gondors. Komm schon. Hier, komm. Pushen wir mal das Ganze hier ein bisschen hier. Komm. Hier, komm. So, Feinde, sie sind hier. Jo, auf jeden Fall. So, bauen wir hier mal das hier noch auf Stufe 3 aus. So, und dann könnte ich vielleicht eigentlich auch schon mal ein paar Turmwachen eigentlich benötigen. Hier hatte ich eigentlich schon alles gemacht soweit. Okay. So, wie gesagt, ich fahre jetzt hier mit Gondomaliere eine etwas andere Strategie. Ja, wobei, hier dürfte eigentlich sowieso nichts passieren. Wobei, lass mal. Komm. Die lassen wir hier erstmal noch. Wobei, wir könnten eigentlich vielleicht mal, wirklich mal, schon mal runtergehen. Ja, da passiert aber nicht allzu viel, denke ich. Weil die hier gut in... So, können wir uns mal die Warkhöhle hier holen. Komm. Ja, das... Ich seh das schon hier. Okay, so, die Türhöhle ist erstmal weg. Damit haben wir dann das hier auf jeden Fall gleich noch. Das wäre ganz wichtig. So, die sind auch noch Stufe... Noch sind sie Stufe 1. Da können wir hier mal Vorderpfeile schon mal erforschen. Und die können dann auch gleich unsere Bogenschützen eigentlich damit ausstatten. Schau mal. Ah, die sind da, ist nicht mehr viel vorhanden bei den Dingern. Aber ich brauche das noch schnell erstmal hier. Oh, scheiße. Ja, bleibt erstmal noch kurz drauf. Warte mal, dann schicke ich mal noch meine Soldaten hier runter. Ihr bleibt mal hier drauf und ihr geht mal hier auf die Waage. Ich hätte jetzt auch die hier mit heilen können. Oh, schade. Das habe ich jetzt verpasst, etwas. Ja, das hat mich auf jeden Fall ganz schön viel gekostet hier. Jetzt sind hier auch noch Dingens. Ah, das... So, ich muss mich zurückziehen. Das nutzt alles nichts. Muss mich wirklich erstmal zurückziehen. So, dann muss ich hier, kann man hier mal was kaufen, hier was kaufen. Und dann ist das hier soweit erstmal okay. Bauen wir hier mal noch einen Kampfturm. Joa, die machen hier erstmal sowieso nichts. Da sind noch drei davon übrig. Ja, von meinen Stufen 5ern. Oh je, von meinen Bogenschützen sind gar keine mehr lebend rausgekommen. Die wurden ja richtig... Die wurden richtig gekillt. Aber wie gesagt, wir haben ja hier genügend Türme. Das ist soweit erstmal noch in Ordnung. Hier ist eine Ramme. Okay. Die zieht hier einfach ein bisschen so lang. Okay, von mir aus. Ist erlaubt. Das erlaube ich. Erlaube ich dir. Ganz einfach. So, dann haben wir hier noch... Hier muss das hier erstmal noch ein bisschen aufheilen. Und dann gehen wir, denke ich mal, mit diesen beiden Bataillonen hier runter. Und holen wir uns mal dieses Gebiet. Wobei hier unten ist ja... Ah, das Gold haben wir liegen gelassen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber es war ein bisschen knapp geworden auf jeden Fall. Das habt ihr ja schon gesehen. Das war nicht ganz so cool. So, hier haben wir auf jeden Fall noch weitere Vorposten. Aber wenn die alle so teuer sind, dann ist das natürlich nicht ganz so cool. Ah, unser Gold ist noch da. Oh, da habe ich jetzt Schwein gehabt, dass ich hier mit Lanzenträgern schon gespielt habe. Grenzfestung. Ähm... Hier, machen wir erstmal den Vorposten hin. Boah, hier passiert ja im Grunde genommen... Da passiert eigentlich im Grunde genommen gar nichts. Es wäre eigentlich grundsätzlich nicht schlecht, wenn wir hier einen Turm hätten. Dann müssten wir uns nicht unbedingt darum kümmern. Eigentlich wäre es vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht, wenn der Turm hier stehen würde. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal so, dass wir hier... Ähm... Morgplätze, Aufwertung für die Wirtschaft, Steinbruch errichten, na... Ja, man kann so viel bauen hier bei Gondor, na... Und dann... Ähm... Und wo ist hier was für Dingens? Liefert Steuergelder, ah, okay. Ich glaube, dort ist der Feind. Unsere Feinde haben das Land versetzt. Müsse halt relativ frühzeitig... Oh, hier, meine... Hier unten ist gerade... Eieieieieiei... Oh, die gehen direkt auf den Vorposten. Ja, der Vorposten wird nicht halten. Oh, krass. Müsse halt jetzt wirklich eigentlich... Na, schwierig. Ich glaube, ich brauche eher irgendwie sowas wie Belagerungswerke, um durch die Festung durchzukommen. So, die sind ja mittlerweile schon Stufe 5. Die müssen eigentlich auch wieder zurück hier. So, dann können wir hier mal noch die Gondobogenschützen rufen. Und ich würde sagen, das war dann die erste Folge dieses Gefechts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich für das Einschalten, lasst mir Feedback da, bis zum nächsten Mal, ciao.